Das Konzept von Gut und Böse in der Zombie-Serie The Walking Dead ist eines der interessantesten Konzepte. Denn man merkt im Verlauf der Serie, am Ende des Tages kann man nicht entscheiden, wer wirklich gut und wer wirklich böse ist. Was ist in dieser Welt gut, was ist in dieser Welt böse? In einem meiner letzten Videos habe ich schon mal ein klein wenig dieses Thema angekratzt, von wegen, ja, den Unterschied in The Walking Dead zu machen ist schon kompliziert. Außerdem habe ich schon mal ein Video darüber gemacht, dass Rick Grimes vielleicht gar nicht so der Gute in der Serie ist. Und ich habe jetzt meine Theorie, beziehungsweise zwei, drei Punkte gesammelt, die quasi schildern, warum Gut und Böse in The Walking Dead eine komplizierte Sache ist und das gibt es in diesem Video. Damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zum ersten Video in diesem Jahr und gleichzeitig auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, nochmal auf Video-Wiese, frohes Neues, meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Vorab möchte ich kurz sagen, ich habe letztens einen Kommentar unter einem Video gehabt, der gesagt hat, auf dem Hemd, das sind zu viele Bananen. Ich stimme zum Teil der Aussage zu, zu viele Bananen sind zu viel, aber nicht auf einem Hemd. Auf einem Hemd kann man nicht genug Bananen haben. Pass beiseite. Eine Sache will ich auch noch ansprechen, wenn ihr das 1000-Abonnenten-Special noch nicht gesehen habt, checkt es gerne aus, es ist wahrscheinlich irgendwo jetzt hier verlinkt, weil da gibt es ein Gewinnspiel für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wer Bock hat, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, gerne mal das Video auschecken. Da wird dann alles weitere geklärt über das Gewinnspiel. So, aber jetzt starte ich wirklich mal in das Video rein. Ja, wie gesagt, gut und böse in The Walking Dead. Für den Autonormalverbraucher werden uns ein paar böse Charaktere in The Walking Dead gezeigt. Zum einen wäre das Shane gewesen, dann hätten wir den Governor, Negan, ganz obvious, Alpha, das Commonwealth, zum Teil auch Gregory aus Hilltop und hier diese komische Truppe von komischen Leuten mit dem, wie hieß er nochmal, Pope oder wie er hieß, wo Daryl da mal kurz war, wo die Leute und keine Ahnung, ich blende es hier ein, wie sie heißen. Die Kannibalen aus Terminus und natürlich ganz, ganz offensichtlich sind sie der große Gegenspieler. Naja, die Walker, die Zombies, die Untoten. Die Untoten lassen wir aber hier mal raus, denn es ist nun mal offiziell so gesagt, dass in The Walking Dead es nicht nur um die Zombie-Apokalypse gehen soll, es soll um die Konflikte zwischen den Menschen gehen, was ja auch The Walking Dead sehr gut hinbekommt. Deswegen klammern wir die Zombies hier in dem Film mal aus. Das sind so unsere Bösewichte, unsere Antagonisten und auf der guten Seite hätten wir dann Leute wie Rick, Daryl, Carol, Maggie und halt der ganze Atlanta, Alexandria, dieser ganze Squad halt. Alle, die wir kennen, alle, die uns als, ja, gute Menschen verkauft werden. Warum ich sage, dass sie uns als gute Menschen verkauft werden, ist vor allem bei Rick ein großer Punkt. Da auch bei den anderen auch, aber Rick ist so das Paradebeispiel. Ganz am Anfang der Serie war Shane ein guter Typ. Er hat sich der ganzen Apokalypse angepasst und er hat zu Rick gesagt, Rick, du musst dich anpassen, es ist nicht mehr so wie früher, du musst ein Arschloch werden. Naja, frei übersetzt, sage ich mal. Und im Verlauf der weiteren Serie sehen wir genau das bei Rick. Er wird kälter, er wird brutaler und er wird radikaler. Nichtsdestotrotz sehen wir ihn weiterhin als, naja, den Guten, unseren Helden Rick Grimes. Wir alle hassen niegen dafür, dass er Glenn und Abraham die Köpfe eingeschlagen hat, aber am Ende des Tages hat Rick vorher, naja, den Saviour-Stützpunkt angegriffen und auch sehr, sehr viele Leute im Schlaf umgebracht, beziehungsweise umbringen lassen. Stellen wir das Ganze mal auf eine Waagschale, sehen wir, okay, entweder sind wir ungefähr auf dem gleichen Level oder Rick ist in der Hinsicht wirklich ein größeres Arsch. Um halt seine Leute zu retten, geht er halt wirklich wortwörtlich über Leichen. Season 5, beziehungsweise Season 6, Rick ist da im Prinzip die Verkörperung des Bösen, sage ich mal. Ihm ist wirklich alles scheißegal, er ist einfach nur brutal und er versucht, seine Leute zu beschützen, vor allem. Großes Augenmerk liegt hier natürlich auf Carl und Michonne, aber auch den Rest der Gruppe. Dafür wird er, wie gesagt, töten. Somit hat Rick schon mal die Eigenschaften von Shane und Negan irgendwie ineinander aufgenommen. Wenn wir uns jemanden wie Alpha angucken, die ja auch grundlegend nicht hundertprozentig brutal böse ist, sondern wirklich nur dann einschreitet, wenn jemand, naja, in ihr Land eindringt, ihr selbst abgestochenes Land. Am Ende des Tages ist sie natürlich nicht ein Samariter oder so, aber sie ist auch nur dann brutal, wenn es sein muss. Sie hätten ganz simpel Lydia ausliefern können und die Whisperer wären wahrscheinlich, wahrscheinlich davongegangen. Dem ganzen stand, naja, Daryl und Maggie irgendwie im Weg, weil Rick war ja zu der Zeit schon weg. Dementsprechend geben wir hier auch ein paar Credits, also böse Credits an, naja, Maggie und Daryl. Denn auch die beiden, Maggie, sage ich mal, bei Gregory und Daryl, naja, bei vielen anderen Leuten, die er vielleicht auch hier und da mal gefoltert hat, die beiden sind auch nicht wirklich das, was man einen Helden nennt. Aus der Sicht der Fans natürlich, keine Frage, weil es sind ja die Charaktere, mit denen wir sympathisieren sollen. Ähnliches Verhalten beim Commonwealth. Hier ist ja erstmal Daryl der, der sich auf die Seite des Commonwealth stellt und sagt, okay, scheiße, wir haben gar keine andere Möglichkeit, wir machen es jetzt hier und machen das Beste draus. Und Maggie ist ja die, die dagegen lenkt. Und am Ende des Tages stellen sie sich beide dagegen und, naja, machen auch mehr oder weniger was Gutes. Keine Frage, aber irgendwie halt auch. Ja, also sie sind ja trotzdem erstmal gegeneinander und töten Leute, was ja in der Zombie-Apokalypse. Das ist der wichtige Punkt eigentlich. Das Dümmste ist, was man machen kann. Man sollte natürlich die Menschheit irgendwie am Leben lassen, beziehungsweise reproduzieren. Und das wird in der Serie gar nicht mal so behandelt. So, jetzt habe ich aber einen Typen noch ausgelassen und das ist der Governor. Weil der Governor ist tatsächlich eine Ausnahme. Man kann zwar Rick und Negan perfekt miteinander vergleichen. Auf einer Art sind sie sich so ähnlich, der nächsten Art sind sie dann irgendwie doch unterschiedlich. Aber der Governor steht tatsächlich alleine. Aus zwei Gründen. Erstens, er ist verrückt geworden. Er ist nicht wirklich böse gewesen. Er hat zwar nie was Gutes gemacht, er hat aber ähnlich und natürlich auch wie Rick, wie Negan, für seine Community hat er dann irgendwie versucht, das Beste rauszuholen. Aber nichtsdestotrotz ist er am Ende seines Lebens gestorben, weil er verrückt geworden ist. Er wollte Rache, er war von der Rache, von der Wut beherrscht worden. Aber, und jetzt kommt es zu einem sehr, sehr interessanten Punkt, der mir erst vor kurzem wirklich mal klar geworden ist. Ich denke, wir können uns alle an die große Rede von Rick mit dem Governor erinnern, am Prison. Rick redet auf ihn ein, sagt ihm frei übersetzt, hier, auch wenn es schwer wird, wir können miteinander leben. Wir müssen versuchen, miteinander zu leben. Es bringt nichts, sich die Köpfe einzuschlagen. Wir müssen es versuchen, aus dieser Situation, dieser Welt, naja, das Beste rauszuholen. Und daraufhin sagt der Governor ja, diese, wie sag ich mal, in dieser ikonischen Szene, bevor er Heuschel, naja, den Kopf abhackt, bezeichnet er Rick ja als Lügner, als Liar im Englischen. Wir haben alle die schlimmsten Dinge getan, nur um zu überleben. Aber wir können es wieder gut machen. Wir sind noch nicht zu weit gegangen. Wir können es wieder gut machen. Ich weiß es. Wir alle können uns ändern. Lügner. Liar. Fun Fact hier an der Stelle. Im Englischen, wenn ihr die Serie Englisch mit deutscher Übersetzung guckt, so in dem Moment, wo der Governor Herschel den Kopf abschlagt, sagt Rick Also N-O, es wird auch mit Nein übersetzt. In der deutschen Fassung haben sie das No, also das N-O, weil er vielleicht ja mit ein bisschen Dialekt gesprochen hat, als Now, also Jetzt übersetzt. Wenn ihr das mal guckt, im Deutschen sieht es so aus, als würde Rick den Hinterhalt geplant haben, mit Now, also von dem Schießt jetzt, jetzt. Und im Englischen sagt er einfach nur Nein, warum und fängt dann an zu schießen. Ist mir mal aufgefallen beim zweiten, dritten Mal rewatchen. Ich weiß nicht, ob es so in der Richtung stimmt, aber es laut Übersetzung, ich habe es wahrscheinlich jetzt hier eingeblendet, macht das irgendwo Sinn. Bedeutet, im Deutschen bekommen wir Rick als, naja, Böseren dargestellt als im Englischen. Interessanter Fun Fact, by the way. Nichtsdestotrotz müssen wir an der Stelle festhalten, der Governor war der Einzige, der Rick geschaut hat von Anfang an. Denn wenn wir ein paar Staffeln weiter gucken, wo Rick von ein paar Saviors oder mit ein paar Saviors irgendwo aufräumen wollte und ein paar Leute gerettet hat und gesagt hat, hier Leute, ich verspreche euch, wenn wir da hiermit fertig sind, wenn wir das alles geschafft haben, ich lasse euch frei, wir können miteinander leben. Ihr alle, ihr wollt das hier nicht. Ihr habt spontan eine falsche Entscheidung getroffen, aber es ist noch nicht zu spät. Ihr bindet uns los, ihr kooperiert und dürft neu anfangen. Ihr könnt ein Teil unserer Gemeinschaft werden, zu uns gehören. Ich gebe euch mein Wort darauf. In einer Zeit ohne Werte sollte das Wort eines Mannes noch etwas bedeuten, oder? Liar. Auch vorher fragt er ja irgendeinen Typen, wo das Versteck ist und er sagt auch zu ihm, hier, komm raus, ich lasse dich am Leben, ich verspreche es dir. Das Wort eines Mannes ist das Einzige, worauf man in dieser Apokalypse, also in dieser Zeit noch Wert legen kann. Wir machen dir ein Angebot. Du nimmst die Waffe runter und kommst raus. Du musst uns nur sagen, was wir wissen wollen. Danach kannst du das Auto nehmen und abhauen und überlebst. Warum sollte ich dir vertrauen? Weil ich dir mein Wort gebe. Es gibt nicht mehr viel, was heute Wert hat, außer dem Wort eines Mannes. Das muss doch was bedeuten, oder? Liar. Und in beiden Fällen lügt er. Den einen Typen schießt er um und Daryl ist sichtlich enttäuscht. Und in dem anderen Fall sagt er sogar zu einem der Saviors, Du hast gesagt, du hast gesagt, ich hab gelogen. Liar. Und wenn wir uns das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen, dass der Governor ihn als Lügner bezeichnet, bevor das alles passiert ist, ist schon so eine Art Foreshadowing, dass Rick einfach nur lügt, um an sein Ziel zu kommen, seine Leute zu retten. Auch wenn sein Ziel gut ist, ist die Umsetzung dessen eher schwach. Und so kann man das Ganze natürlich auch umdrehen. Gucken wir uns Shane an. Shane wollte einfach nur seine Familie beschützen. Seine Familie, die er nun mal aus Carl, Laurie und irgendwo auch Rick besteht, plus der neuen Familie, die er dazu gewonnen hat. Sind wir mal ganz ehrlich, in der ersten Staffel ist Shane eigentlich noch ein sehr guter. Er beschützt alle fremden Leute, die er einfach in der Not kennengelernt hat. Selbst Daryl gibt ja irgendwo immer Chancen und auch Merle, obwohl die beiden ja original gedacht das Camp überfallen wollten. Das ist einfach nur ein Comic-Fun-Fact. Nichtsdestotrotz ist vor allem in Staffel 1 Shane darauf bedacht, alle zu beschützen. Und naja, auch für auf ein paar Kosten, aber nichtsdestotrotz ist er ja nun mal ein guter. Genau das gleiche ist mit Negan. Wenn wir uns vor allem Negans Flashback angucken, war er nie böse. Er ist einfach dazu gemacht worden. Er ist dazu gemacht worden und hat einfach gelernt, dass es leider in dieser Welt nicht anders geht oder zumindest besser geht. Ja, wenn man sich als großes Arschloch darstellt und halt einfach zeigt hier, wenn ihr nicht hören wollt, dann müsst ihr fühlen, ne? Das alte Sprichwort. Alpha ist ähnlich wie Negan. Sie benutzt Angst, Panik, um ihre Macht zu untermalen. Auch wenn sie genauso wie der Governor gegen Ende einfach nur noch von purem Hass und purer Wut geleitet wurde, ähnlich wie dann ganz am Ende Beta. Am Ende des Tages waren auch sie einfach nur bedacht zu überleben und wollten einfach, ja, leben. Beim Commonwealth ist es das gleiche, nur dass man hier vielleicht dazu zählen muss, da es halt alles sehr gehobene Menschen sind, damalige reiche Menschen, ist halt das Arschlochverhalten hier nur nochmal ein Symbol dafür, dass die Reichen in solchen Situationen trotzdem weiter Arschlöcher bleiben können. Auch nichtsdestotrotz haben sie auch nur für die Sicherheit des Commonwealth, naja, gearbeitet, gehandelt. Und natürlich auch der Governor zum Staat. Und damit sind wir quasi an dem Punkt angelangt, wo man sagen muss, es gibt in The Walking Dead nicht wirklich gut und böse. Natürlich ist es einen Unschuldigen umzubringen nie gut, aber in jeder Hinsicht, auf jeden Charakter bezogen, in einer gewissen Situation ist dieser Unschuldige Tod, naja, doch als gut einzukategorisieren, da er ja irgendwie das Leben von allen anderen retten wollte, vielleicht. Grundlegend kann man sagen, Rick ist nicht gut und auch nicht böse, aber Negan ist genauso wenig gut und böse. In der Welt von The Walking Dead existiert quasi kein Gut und Böse. Natürlich, wie gesagt, ist man als guter Mensch dargestellt, wenn du natürlich ein Baby aus dem Feuer rettest, keine Frage. Aber in vielen Fällen würden auch alle in The Walking Dead das Baby im Feuer zurücklassen, wenn dafür ihre ganze Family ja gerettet wird. Auch wenn es ein sehr makarberes Beispiel ist, es ist ein treffendes Beispiel. Dementsprechend sind solche Einschätzungen von wegen, ja, ist Rick jetzt hier der Held der Serie und Negan der Böse, sind sehr, sehr schwer. Vor allem mit den natürlich jetzt kommenden Spin-Offs oder schon draußen seienden Spin-Offs wie Dead City, Daryl Dixon und jetzt dann demnächst auch The Ones Who Live. Es kommen sehr viele neue Fakten auf, weil Negan ist am Ende des Tages wirklich kein Arschloch. Er ist ein Arschloch, aber kein Arschloch. Versteht ihr, was ich meine? Andersrum ist Maggie, unsere tolle Maggie, die eigentlich ja immer sehr freundlich und sehr nett war, mittlerweile schon dahin tendiert auch zu sagen, leck mich am Arsch, ich und Herschel auf Platz 1. Alles andere ist mir egal. Lässt ihren Charakter momentan sehr böse, wirken zumindest sehr antagonistisch, obwohl er ja auch eigentlich nur helfen will, nur retten will, nur, ja, das Gute will. Und ich denke, ziemlich ähnlich werden wir es mit The Ones Who Live und auch Daryl Dixon in Staffel 2 sehen. Ich denke, Daryl wird sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen treffen, um Laurent zu beschützen, zu retten, um mit ihm zu leben. Genauso wie Rick sehr, sehr viel Scheiße machen wird, und Michonne natürlich auch, um halt dann eventuell zu ihren Kindern zurückzukommen. Und daraus lässt sich dann schließen, dass am Ende des Tages, egal welches Verbrechen du momentan zu der aktuellen Zeit in The Walking Dead machst, du quasi nicht auf die Probe gestellt werden kannst, von wegen, bist du ein guter Mensch oder bist du ein schlechter Mensch. Natürlich gibt es dann irgendwo Menschen, die einfach durch gut sind, so wie, was weiß ich, eine Beth, die ja einfach, naja, unschuldig AF ist. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt auch dann noch so krass, krasse Arschlöcher, wie halt so einen Simon, der irgendwie ja auch wirklich nur aufs Fressbrett geben wollte. Selbst bei Simon ist es schon fast, ja, er will auch irgendwie die Leute beschützen. Aber ich denke, am Ende des Tages, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Der Punkt ist, in The Walking Dead gibt es kein Gut und Böse. In The Walking Dead gibt es nur, ich beschütze die Leute oder ich beschütze die Leute nicht, zu welchem Preis auch immer. Und das finde ich interessant, weil es nicht von vornherein so gezeigt wird. Es wird immer erst gezeigt, dass der eine Charakter gute Absichten hat und dann halt dem bösen Charakter, also bösen in Anführungsstrichen, dem Charakter gegenübersteht, der eigentlich auch gute Absichten hat, aber die sieht erstmal keiner. Die werden mit der Entwicklung des bösen Charakters aufgedeckt oder halt reversed, mit der Entwicklung des Charakters einfach in den Hintergrund gedrückt. Alpha, die dann irgendwann drauf geschissen hat, Lydia zu beschützen, der Governor, der irgendwann auch auf seine Leute geschissen hat, nur um Rache zu haben, geht also in beide Richtungen. Aber nichtsdestotrotz ist da immer eine Entwicklung vom Guten zum Bösen oder vom Bösen zum Guten. Am Ende des Tages treffen sich alle Charaktere irgendwo immer in der Mitte, was auch der Grund ist oder was auch der Punkt ist, warum ich annehme, wenn es zu einem Treffen von Rick und Negan kommen wird, die sich beide irgendwie, naja, verstehen werden. Oder zumindest das Kriegsbeil begraben würden. So, und jetzt seid ihr mal gefragt, wie findet ihr diese Theorie, was heißt Theorie, wie seid ihr, wie steht ihr dazu, dass es in The Walking Dead irgendwie nie so ein wirkliches Gut gibt, weil irgendwie alle Scheiße bauen oder irgendwie alle Kacke machen, aber es irgendwie trotzdem immer gut gerechtfertigt wird. Wie steht ihr dazu? Seid ihr ähnlicher Meinung wie ich? Oder würdet ihr sagen, nee, nee, es ist schon eindeutig, der Charakter ist gut, der Charakter ist böse, aus dem und den Gründen? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, zu aber auch anderen Themen, ob es Marvel ist, ob es allgemeine Filme und Serien, Theorien, Reviews, alles drumherum, dann checkt doch gerne mal den Kanal aus. Vielleicht findet ihr was, was euch interessiert. So, und jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht schon ist. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich schaue selbstverständlich auf derselben alten Touch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.